Hi, ich heiße Rolf, bin 16 Jahre alt und homosexuell. In der Hofpause. Hi, ich bin Bobby, 16 Jahre alt. Das hier neben mir ist Katrin, sie ist 15 Jahre alt. Fünf Wochen später in der Frühstückspause. Na, ähm, hast du morgen schon was vor? Äh, nein, wieso? Treffen wir uns morgen um 8 an der Eisdiele? Na klar. Am nächsten Tag um 8 an der Eisdiele, aber Bobby ist nicht da. Am nächsten Morgen vor der Schule. Ich wollte nur mal Danke sagen, wegen der Sache mit Bernd. Ich meine, dass du mich mit Bernd zusammengebracht hast. Jürgen Schmerz Jürgen Schmerz